Wir haben ein Teamproblem. Astrid, du hast es mir versprochen. Beim nächsten Talk dort komme ich an die Bar und darf dort talken. Und lieber Peter, ich habe es mir anders überlegt. Du darfst nicht an die Bar. Nicht aufstecken. Du musst da weitermachen. Irgendwann wird sie sich mal versprechen und dann ist deine Chance da. Meinst du? Garantiert. Oh mein Gott, Philipp Herwagen hat mich motiviert. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen.